Hallo ihr Vintage Schlingel und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 70. Folge von Vintage Story im Gameplay. Da hinten kommt ein fieser Raccoon angerannt, der hat mich gesehen oder hat gesehen, dass ich ihn gesehen habe und ist direkt wieder abgehauen. Und ich habe mir mal vorgenommen, ich werde heute mal einen etwas größeren Bienenhive machen, also quasi eine Bienenzucht. Da kommt der Schlingel wieder. Seht ihr das? Seht ihr das? Da hinten? Da? Rechts? Da? Guckt? Da guckt und dann haut er wieder ab. Und ja, dafür müssen wir uns eine Fläche suchen. Ich habe mir gedacht, wir nehmen hier die Fläche da unten. Die ist zwar noch ein bisschen grau, müssen wir ein bisschen aufforsten, sage ich mal. Wir haben so viel Erde da, die können wir da auf jeden Fall mal platzieren, dass sich das ein bisschen schöner begrünt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach damit nach dem Intro. Damit wir ein bisschen mit Material schonend arbeiten, würde ich sagen, dass wir hier diesen Bereich einfach verlängern. Zwar vergrößern. Also mal gucken, wie groß wir das machen. Wir brauchen auf jeden Fall. Also kurze Erklärung. Also damit vier Bienenkörbe gut ausgelastet sind, ist es wichtig, dass man so ungefähr 7x7 Feld macht. Denn wie ich ja schon damals in dem Tutorial gesagt habe, dass die Bienenkörbe im Bereich von 7 Blöcken Blumen brauchen. Und wenn man ein Feld von 7x7 Blöcken hat, dann kann man darin vier Bienenkörbe, ja ich glaube zu fast 100% auslasten. Ist aber halt quasi dann auch die maximalste Größe oder minimalste Größe, die man nutzen kann. Das kann man natürlich dann perspektivisch auch vergrößern. Und deswegen gehe ich jetzt mal zurück in mein Lager und hole mir ein bisschen Erde. Oder beziehungsweise mehr als nur ein bisschen Erde. Und das werden wir dann mal dort unten in diesem Bereich vergrößern. Ich denke, vier Stacks reichen erstmal am Anfang. Wie gesagt, ich habe eine ganze Kiste voll, ich habe mehr, glaube ich, drei Kisten voll Erde. Durch das ganze Abbauen und alles. Da fällt ja mal extrem viel an. Wir müssen die Blume abbauen. Ich glaube... Ja, okay. Geht das mit dem Messer schneller? Ja, mit dem Messer geht es schneller. Die Bienen, äh, Quatsch, die Blumen brauchen wir dann wieder. Und wir können ja dann später woanders noch ein paar Blumen suchen, wie wir dann mit hier... Witzig, die Blumen, die wachsen auch auf dem Gravel. Das wäre... Das wäre natürlich interessant, dass man die hier nicht hinsetzen könnte. Also müsste man da mal eben den Update ändern. Apropos Update. Ich habe ja jetzt, ähm, das zukünftige Update schon mal vorgestellt. Und, ähm, bin ja schon begeistert, was alles eventuell möglich wird. Ich habe jetzt, äh, so noch mal ein bisschen rumprobiert. Gerade mit diesen ganzen, äh, Rohrsystemen. Ähm, da, äh, scheint es aber noch nicht ganz komplett implementiert zu sein. Also es funktioniert noch nicht ganz korrekt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, eine Rohrleitung mache, wandert das Item nur drei Blöcke. Und dann kommt es am Ende nicht mehr raus, wenn ich das zum Beispiel fünf Blöcke lang mache. Ich schätze mal, dass, äh, ja. Muss noch irgendwie, äh, gepatcht werden oder beziehungsweise eingebaut werden. Des Weiteren diese... Hä? Habe ich hier gerade keine Blume rausgekriegt? Des Weiteren diese, ähm, ähm, diese Archimedes-Treppe. Diese fiesen Raccoons, ja. Da müssen wir auf jeden Fall später dann einen, ähm, Zaun drumrum machen. Das hier nehme ich mal weg, weiß ich nicht. Das stört irgendwie die Landschaft, äh. Ja, ähm, selbst die, also die Archimedes-Treppe, die funktioniert auch noch nicht so richtig. Also sie ist implementiert, aber ich, es gibt noch kein Crafting-System. Also ich habe es auch noch nicht im Handbuch gesehen, dass man da irgendwo, ähm, die Dinger craften kann. Deswegen kann man auch noch nicht ausprobieren, wie es funktioniert. Aber da es, äh, schon einen, ja, einen GIF-Screenshot gibt, nenne ich es einfach mal. Ähm, wo das funktioniert, gehe ich von aus, dass die Funktionalität an sich schon mit, äh, eingebaut wurde. Aber noch nicht frei ist oder quasi die noch inaktiv. Und, äh, das wäre ja natürlich richtig cool, wenn das dann irgendwann funktioniert. Weil, gerade wenn man dann, äh, ein Lagersystem oder sowas machen möchte, wäre das ja sinnvoll, dass, äh, zum Beispiel irgendwo, wenn man gerade ein Feld hat, dort, äh, hat man abgeerntet. Dann schmeißt man das einfach in die Kiste und das wird automatisch erstmal in die, in die Richtung gebracht, ins, äh, wo es hin soll. Und das Inventar bleibt sozusagen, äh, geschont leer. Und, ja, da gibt es halt echt coole Sachen. Gut, den Fun, äh, da wurde ich berichtigt. Den gab es vorher schon, den habe ich, äh, den habe ich mir vorgestellt. Ich habe den aber noch nie gesehen, deswegen dachte ich mir, hä, warte mal, das kommt mir irgendwie irgendwie neu vor. Ähm, ja, es gibt auch einen, ähm, einen, ähm, einen, Kreativmotor. Das hat mir der eine Spieler aus, äh, der Community mitgeteilt. Der Hücke. Ähm, ach, guck mal hier. Es wird schon grün. Sehr schön. Und, da gibt es so einen Kreativmotor. Der Kreativmotor ist, äh, dafür da, um, halt, ähm, im Kreativ ein paar Sachen zu testen, ohne, dass man eine Windmühle oder sowas bauen muss, um halt quasi Energie zu erzeugen. Und, äh, der ist gar nicht in den Patchnotes mit aufgeführt. Zumindest habe ich nicht gesehen. Oder ich habe ihn übersehen. Aber ich glaube, dass der Hücke mir auch gesagt hat, äh, nee, der ist dann noch nicht mit drin. So, wie macht man das am besten, dass das hier ein bisschen generisch aussieht? Ähm. Die Frage ist, wie groß macht man das erst mal am Anfang? Ich bin noch etwas unschlüssig. Wir können ja gleich mal abzählen. Ich mach mal hier noch eine Reihe mit dran. Man kann ja dann, äh, so einen Rand machen aus Kappelstone. Wie, wie hier so. Dass man das zum Beispiel hier gerade macht irgendwie und dann mit, äh, Kappelstone umrandet. Dass man wie so, oder vielleicht noch eine Treppe oder so, dass man wie so eine Art, ähm, kleine Mauer hat oder sowas, ne? So, ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt hier anfange, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich würde das schon, äh, sieben mal sieben erst mal machen. Also vierzehn. Das heißt, wir müssten mal hier noch, ähm, ähm, mindestens vier dran machen. Naja, dann machen wir mal fünf. Material wird dann auch, äh, etwas mehr benötigt, weil ich will das hier auch gleich auffüllen. Weil ich mag's nicht, wenn hier drunter ne, wenn es drunter hohl ist. Ich meine, man sieht's zwar nicht, aber ist halt blöd, wenn es drunter hohl ist. Weil wenn man später irgendwas bauen will und, äh, hat dann drunter ne, äh, hohle Fläche, das ist Quatsch. Oh! Wir brauchen was zu essen, ne? Das holen wir uns gleich. Wir haben ja jede Menge Sachen vorgekauft, die, äh, sehr lange haltbar sind. So, ich füll das mal auf und, äh, ja, dann sehen wir uns, äh, gleich wieder. Auch wenn ich jetzt, äh, dann aufgegessen, mich gesättigt habe. Okay, also ich hab jetzt erstmal hier die Fläche vergrößert. Und, äh, bin auch gesättigt. Ich hatte noch ein paar Sojabohnen. Und jetzt muss ich mal schauen. Guck mal hier, der... Raccoon! Raccoon, komm her, komm her! Komm, 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 komm! Ah! So, kriegen wir bestimmt wieder Leder raus. Wo ist mein Messer? Moment, ich hatte doch vorhin ein Messer in der Hand. Hä? What the heck? Wo ist das Messer hin? Hä? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich hab doch gar nichts weiter gemacht. Hab ich das Messer vorhin aus dem Weg geschmissen? Nee, kann ja gar nicht sein. Hab ich das irgendwo in eine Kiste gepackt? Warte mal, ich war hier unten, habe... Hier reingeguckt. Nö, da ist es nicht. Hier ist es auch nicht drin. Da hab ich die Sojabohnen rausgenommen. Ich glaub, da passt es auch nicht rein. Wo ist das? Jetzt kann doch nicht einfach das Messer weg sein. Warte, ich muss noch mal gucken. Ob ich es nicht wirklich irgendwo sehe. Sehr, sehr merkwürdig. Äh, warte mal, Böden. Ach! Ich hab das Messer tatsächlich da reingepackt. Oh, ich Idiot. Naja, so ist das manchmal, ne? Äh, das ist, äh... Das ist nicht schön, wenn man alt wird. Dann wird man vergesslich. So, guck mal. Oh, ja, cool. Ein bisschen Leder rausgekriegt. Sehr schön. Und, äh, ein bisschen Fleisch. Okay, das, äh... Wächst hier zu. Das ist gut. Jetzt können wir uns Gedanken machen. Ich würde sagen, wir... Machen hier... Wir beginnen hier mit, ähm... einem Zaunfeld. Gehen hier rum. Ungefähr bis hierher. So, dass wir auf 14 sind. Gehen hier. Äh, auch auf 14 und alles. Dann setzen wir das hier wieder hin. Und dann sollte... Dann sollte das, äh... Ja, ausreichen. Die... Da könnte man ja dann theoretisch hier noch einen Coupledstone-Rand drum machen. Ähm... Ja, wir machen erstmal einen Zaun. Ich glaube, ich habe von Zäunen... Oh, jetzt ruckelt es gerade kurz. Zäunen haben wir jede Menge. Was wir ja im nächsten Update, ähm... Uns überlegen müssen, liebe Freunde. Ähm... Ja, ich habe Leiter, aber kann doch hier 43 Zäune. Das würde nicht reichen. 7, 14, 21... Na doch. War zu. Ne, 14, äh... 28, äh... Dann brauchen wir doch noch ein paar Zeune. Wir gucken, ob wir einen Wert bekommen. Dann machen wir uns noch ein paar Zeune. Ja, was wir uns, wie gesagt, äh... Mal überlegen müssen, liebe Freunde. Das hatte ich auch schon mit dem Hückel besprochen. Wie das funktioniert. Mit... Dem neuen Update. Und zwar, das neue Update wird wahrscheinlich, äh... Ja, äh... Eine neue Karte benötigen. Denn... Es gibt ein neues, äh... Ressourcen, ähm... Eine neue Ressourcen, äh... Verwaltung. Und also, ich nenne es jetzt mal Ressourcenverwaltung. Das ist, glaube ich... Das heißt, glaube ich, anders. Also quasi das, äh... Spawn, äh... Beziehungsweise das, äh... Erscheinen von Ressourcen wurde etwas anders gestaltet. Oder optimiert. Oder verändert. Und das ist natürlich wichtig. Dass wir dann, ähm... Um das nutzen zu können, neue Karte generieren. Jetzt ist natürlich nur die Frage mit den ganzen, äh... Gebäuden. Die müssen wir... Dann auf die andere Karte übertragen. Ähm... Das geht natürlich mit WorldEdit. Die Frage ist, was, äh... Ich hab's noch nicht ausprobiert. Was, äh... Das WorldEdit alles, äh... Mit überträgt. Blöcke und so weiter. Ganz klar. Aber die Informationen... Von den, ähm... Zum Beispiel, was in diesen Kisten drin ist. Das weiß ich nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Und da ist natürlich die Frage, wie machen wir's? Äh... Komplett neue Karte. Und wir fangen an von vorne. Ist, glaube ich, nicht so die beste optimale Lösung. Das Problem ist nämlich, dass wenn, nämlich mal wieder eine neue Karte kommt, das, äh... Oder neues Update kommt, dass wir die Karte wieder erneuern müssen und die ganzen Gebäude sind weg. Jedes Mal. Das ist eine sehr, sehr unschöne Lösung und das möchte ich auch als letzten Schritt gehen. Denn, ähm... Das wird wahrscheinlich dann auch so sein, dass wir einige Spiele dann verlieren, weil die dann keinen Bock haben mehr, nochmal wieder neu anzufangen. Deswegen ist das die allerletzte Möglichkeit. Ähm... Wir müssen auf jeden Fall versuchen, dass wir... Warte mal, ich zähl mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Wir müssen also versuchen, dass wir die Gebäude halt übertragen können auf eine neue Karte. Das wird dann, äh... Ziemlich viel Arbeit werden. Weil, ähm... Es sind echt viele Gebäude und... Naja... Gerade so Sachen wie in den Bergen reingebaut. Da müssen wir den ganzen Berg quasi kopieren und in die neue Welt reinsetzen. Also, das müssen wir mal gucken. Das muss ich natürlich dann auch in die Landschaft einfügen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh... Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ich hoffe, das hat jetzt nicht gehangen. Ich kann ja nochmal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay, gut. Das passt. Ich setz mal hier hin. Ähm... Blumen müssen wir wegmachen. So, dann gucken wir mal hier von der Gegend. Wie gesagt, das ist installierbar nach oben. Das ist alles kein Problem. Jetzt brauche ich keine Zäune mehr. Ich hole mir erstmal nochmal ein Gate. Ein Zaun. Ich würde das auch zwei, äh, Zäune hochmachen, damit wir, äh, die Chance haben, dass die, äh, Raccoons auch drinnen bleiben. Ach, guck mal hier, Wutenfans. Ah, ne, warte mal, wir haben... Na, mal gucken. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was wir... Was wir an... Doch, ich glaube, wir hatten Oak... Oak... Oakfans genommen, ne? Oak... Oakfans. Oakfans. Äh... Pine. Ah, das ist auch Pine. Okay, alles klar. Cool. Ähm... Ich mache den Eingang aber hier. Weil, da komme ich ja von hier und setze dann das da hin. Da kann ich ein kleines... Äh, kleines... Kleines Wegchen noch dazu machen. So. Ey. What the heck? Achso, ich war hier dann... Äh... Den Baum müssen wir fällen, glaube ich. Ich mag das immer nicht, wenn sich die Zäune mit den Bäumen verbinden. Dann hauen wir den mal runter. Dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen Holz. Eieieiei, guck mal, da müssen wir gleich hier... Da müssen wir den Baum noch nebenan fällen. Wir können ja einen neuen Baum hinsetzen. Haben wir, äh... Setzlinge rausgekriegt? Ne, haben wir nicht. Äh, den lassen wir... Doch, ist der verbunden mit? Äh, what der? Okay. Das ist ja merkwürdig. Haben wir jetzt einen Baum gefällt? Ne, nicht wo auch. Ich wollte... Oh, guck mal, was wir gemacht haben. Äh, Mensch, wir haben keine Ahnung vom Bauern. Wisst ihr das? Also, ich, nicht wir. Ich. So, pass auf, wenn ich jetzt hier quasi aus diesem Weg rauskomme, dann würde ich gern das Tor... Ach, naja, komm, das ist jetzt... Wir machen es ein bisschen in die Mitte. Ähm, bei 14x14 gibt es keine Mitte. 7x7. Hm. Wir machen es hier einfach so. Theoretisch können wir es auch, äh, wie drüben machen. Dass wir eine Doppeltür machen. Und, äh, das war sie wieder so mit einem Cobblestone-Rand. Also, Cobblestone-Rahmen sozusagen. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Warte mal, hier, Granit-Coubblestone. Ähm, dam, dam, dam. Granit-Coubblestone, da haben wir noch ein bisschen was. Das können wir mitnehmen. Muss bloß mal hier. Genau. Oh, jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich gehe dann auch gleich, äh, schlafen. Dass wir mal wieder, äh, dass wir hauptsächlich im Hellen, ähm, sind. Ich glaube, gerade ist auch niemand online. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Hier eins, eins. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Dann machen wir den mal noch weg. Und hier auch. Dann machen wir hier. So, dann haben wir nämlich eine Doppeltür. Und die Doppeltür ist genau in der Mitte. Oh, springen wir hoch, setzen wir noch eine. Zack, zack. Gut. Das sieht doch schon mal, das sieht doch schon mal nach was aus. Dann werden wir hier noch die, äh, restlichen Zäune drumherum setzen. Das sollte, glaube ich, gerade so reichen. Und dann könnte ich ja theoretisch auch wieder, ähm, naja, mache ich so ähnlich wie da drüben. Mache ich einen Kappelstone-Rand oben drum, oder? Oder wir jizzeln den, wir jizzeln oben den, wir jizzeln oben den, den Rand ein bisschen. Es geht ja hier nur darum, es darf ja nicht, muss ja nichts ausbrechen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass was ausbricht, ist meist, glaube ich, höher als das, was, was jemand reinkommt. Und damit die Raccoons, ähm, wie gesagt, nicht die ganzen, äh, Bienenkörbe klauen, ist es, glaube ich, besser, wenn wir das halt so machen. Okay, gut. Das haben wir. Jetzt brauche ich Türen, die kann ich ja nicht, wie in Minecraft. Och, Mann, oh, ich musste ja, ich brauche ja eine Säge. Oder warte mal, vielleicht haben wir ja irgendwo noch Türen rumliegen, wir haben ja hier irgendwo, ah, eine, das ist super. Äh, zufällig noch eine andere irgendwo an der Tür. Nee, leider nicht, aber wir haben hier noch zwei Laternen, die brauchen wir. Da können wir ein bisschen Licht machen. Ich räume aber erstmal hier meinen Scheiß weg. Äh, ba, 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 ba. Ähm, warte mal, was soll ich mal, ah ja, warte mal, ah, nee, Bretter. Ach, Mensch. Ich brauche plus drei. Brauche ja bloß. Nee, warte mal, wie geht eine Tür? Mit sechs, ne? Das wird jetzt eine ziemlich schmale Tür sein. Ja, genau. So. Ähm, eins neue Tür. Genau, die passt zusammen. Jetzt ist natürlich wieder eine Frage mit dem Hinsetzen. Das ist immer so schwierig. Ich kriege das mal nie hin. Äh, zack. Fackel in die Hand. Oh, schön, ne? Das war, glaube ich, ähm... Warte mal, ich mache mal hier unten. Kappelstor... Nein! Nein! Nein, ich habe das Kappelstor weggeräumt. Ich muss mal zurück. Äh, 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 warte. Ich versuche mal, mein Inventar ein bisschen zu optimieren. Das klappt bei mir nie. Ähm, ich packe mal das, äh, weg, was ich brauche. Ach, das ist ein gechisselter Blöcke. Äh, obwohl... Ach, ne. Oh, ach, so, bis zwei. Gechisselte Blöcke? Ne, erstmal nicht. Setzen wir das jetzt hier hin. Zack. Da kommen jetzt die Türen rein. Äh, ich glaube, wir mussten die zuerst hier entsetzen. Und dort, genau. Jawoll. Doppeltür. Ein Mann frei. Und hier drinnen werde ich dann, ähm... Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 7x7. Also 2x7x7. Äh, 14 Blöcke. Das sind quasi 8 Bienenkörbe. Können wir hier unterbringen. Und... Da werde ich jetzt gleich, äh, ein paar Skepsis machen. Wenn wir dann wieder Tage haben. Wir sehen uns dann, würde ich mal behaupten, einfach in der nächsten Folge. Deswegen aus diesem Grund, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, äh, ich habe heute eigentlich gar nicht viel zu sagen zum Abschluss. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen da. Ganz, ganz klar. Und wenn ihr mich nicht kennt, dann, äh, lasst ein Abo, äh, Abo da. Und schaut einfach mal in meine anderen Videos rein. Wenn ihr irgendwelches Gameplay wünscht, dann schreibt das in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.